Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 2. Dezember 2022. Bei dieser Meldung werdet ihr sicherlich zusammenzucken und Aua sagen. Ibrahim hat sich letzte Nacht seinen kleinen Zeh gestossen, als er spät zum klingelnden Telefon rannte. Er stieß mit dem kleinen Zeh gegen eine Einwebkamera und war vor Schmerz eine Minute lang gewähmt. Nach dem Zwischenfall sagte Ibrahim gut entbrannt. Wofür ist der kleine Zeh überhaupt gut? Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Über das Thema weiß ich besser Bescheid als er. Wahnsinn. Toll, dass ich dabei sein kann. Melanie? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Pepper Lohl. Der 2. Dezember war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Poor Ibrahim. What does not say live? That's Melanie. Bye.